Hallo, hier ist wieder Shoninya. Es geht weiter mit der Dead Island Riptide-Lösung und wir sind zuletzt in dem Tunnel angekommen und befinden uns jetzt in Kapitel 6, der Abstieg. Und ich habe hier den Notstromgenerator schon angeschaltet, beziehungsweise habe ich das versucht. Und ja, da ist irgendwas bei schief gelaufen und wir suchen jetzt die Fee-Funktion in dem Tunnel. Da oben habe ich schon gefunden, da geht es weiter. Aber aufgrund dessen, dass es so dunkel war, habe ich mir gedacht, ach nee, da wartest du jetzt erst mal ab. Okay, hier müssen wir durchkriechen. Ah, unsere Questmarkierung scheint hier vorne irgendwo zu enden. Fleeck, was könnte jemand anderes hier oben gehen? Was könnte jemand anderes hier unten sein? Infectiert, ah, das ist einfach großartig. Ich hoffe, dieser Tunnel wird es nachhin lassen. Eine Pistole, erst mal mit viel Munition, hätte ich beinahe gesagt, mit über 1000 Stärken. Was haben wir hier? Ein Hammer, nee, danke. So, die Fackeln mache ich mir jetzt aber mal in eine Zweitbelegung rein. Was haben wir hier? Molitows, die nehme ich mal lieber raus. Die Pistole, die Harpune, zwei Pistolen, achso, die eine kann natürlich raus. Unsere Sichel mit Gift. Betäubung, nee, so. Und unser schottischer Langdeutsch mit Stacheldraht. Oh, da hinten sind sie. Oh, da vorne schon. Waffenwechsel. Statt, dass man da nicht schneller durchzoomen kann. Fall hin. Schach, 600 Treffer. Ihr habt beide nichts für mich. Sehr bedauerlich. Oh, er steht mitten auf der Fackel. Habe ich aber auch weit geworfen. Oh, nein, geh nicht aus. Oh, nein, geh nicht aus. Ich höre schon wieder so ein Super-Zombie. Kann ich dich eigentlich aufnehmen? Leider nicht. Ich wäre gern mit der Fackel hier rumgelaufen. Hier ist irgendwas. Suche nach der Lichter. Sieht so, als ob der Generator hier drin ist. Hallo, bist du da? Kannst du mich hören? Ich empfange dich, hallo. Diese Tunnel, dieser Tunnel, was? Ich hatte Angst, wir haben dich verloren. Was ist mit den Chemikalien? Bist du denen schon begegnet? Negativ, kein Zeichen von Chemikalien. Ich sehe nicht mal, was ich in der Hand habe. In Ordnung, sei einfach vorsichtig. Ich melde mich bald wieder. Doch jetzt. Zu Tode getreten. Nichts. Ah, hier. Ach, ne, Kleber. Schade, ich dachte, da liegen neue Fackeln. Jetzt habe ich wieder irgendeine Pistole aufgenommen. Hier liegt Strom, da müsste ich aufpassen. Mani, mani, mani. Jetzt habe ich mich gerade von meiner eigenen Waffe erschrocken. Bei Feuerzeuggas lese ich immer erst Feuerzangenbowle. Sesam, öffne dich. Wie in der Hölle werde ich da rein kommen? Ja. Okay, ich muss hier hoch. Ah, und hier ist ein Loch zum Runterspringen. Schön. Und ganz viel anderes Zeugs. Flexible Schläuche, Feuerzeuggas. Oh, ne schöne Batterie wieder. Okay, davon scheint keiner am Leben zu sein. Die Sicherung gefunden. Da ist sie. Ah, du lebst natürlich. Das ist ja, ich habe mich gut ausgehalten ohne Schaden. Aber das hätte ich jetzt bestimmt nicht sagen sollen. Jetzt kriege ich bestimmt gleich ganz viel. Ich hatte eine schlechtere Lachladezeit, aber ist in allen anderen Werten besser. Was haben wir hier noch? Batterien, Elektroshot. Hm, Metallkannabo. Ich nehme es erstmal mit. Wie komme ich jetzt hier raus? Wieder da hoch? Ah, ne, jetzt geht er hier lang. Vorher wollte er es nicht machen. Hat er ja schon vor, die Tür aufzumachen. Er setzte die Sicherung. Ach, hier vorne schon. Es gibt bestimmt mehrere, die ich setzen muss. Und das sollte es machen. Ich habe eine andere Pistole da nicht mit reingenommen. Schön. Sprengmine, Scheinmine. Ach, ich könnte auch eine Granate nehmen. Ach, egal. Ich nehme Molly. Warum macht das so wenig Schaden? Daneben, Bitch. Das lief schon mal gut. Ja, ihr wart alle tot. Dabei soll es auch bleiben. Hier wird es schon wieder dunkel. Kam ich hierher? Ich kann genauso gut nach unten gehen und sehen, wie es weitergeht. Na dann, folge ich mal deinem Ruf. Ich hoffe mal, hier ist keiner. Aber ich hätte auch keine Möglichkeit, mich zu wehren. Ich bin verletzt, mein einer Arm. Obwohl meine Lebenspunkteanzeige voll war. Aber muss das sein? Oh, da will ja einer aufstehen. Ich könnte gerade nicht Waffen wechseln und gleichzeitig treten. Zum Glück sind das Gea und keine Infizierten. War hin! Gleich ist es ganz dunkel. Machen wir mal ein bisschen Action hier. Zack! Schau! 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 Ein Telefon... Warum Türsteher? Bestimmt wegen den dritten... ...die ich ausgeteilt habe. Okay, hier ist eh nichts mehr. Oh doch, hier hinten war noch was. Eine Waffe. Da hat gerade was geleuchtet. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Na gut, ich werfe eine Fackel. So, deswegen kam ich gerade nicht rum. Oh, der hatte viele Werte. Proben einsammeln? Ach so, jetzt. Chemikalienprobe. Für Dr. Kessler. Ähm, warum kann ich? Ich kann... Ah, jetzt. Ich konnte eben keine Waffe mehr benutzen. Alter. Ich hinge fest. Ich bin überrascht, dass diese ganze Ausnahme immer noch hier ist. Ich hätte gedacht, die Alliaten hätten die hier weggeräumt. Das ist schwer zu glauben, dass die Alliaten es geschafft haben, die Japaner hier rauszuschmeißen. Das ist verdammt beeindruckend. Jetzt bin ich wenigstens wieder voll, weil ich meine Raserei benutzt habe. Da kann ich sicherlich rüberspringen, wenn ich's wollte. Schade, dass das so dunkel hier ist. Und die ganze Zeit wurde ich nicht getroffen, außer von dem einen jetzt, der auf mich geworfen hat. Da stand aber seltsam an der Wand. Willst du bestern? Da hinten leuchtet was. So ist gut, jetzt seh ich wenigstens wieder was. Ich muss dann diese Scheiße vorbei sein, so schnell ich kann. Nicht da. Ich hab hier die Oberhand. Oder auch nicht. Bitch. Halt hierher. Ich will hier raus. Oh. Das war gut, dass ich da aus Versehen hingeworfen habe. Warum machst du meine Waffe nicht? Er will nicht Waffe wechseln. Ich will nicht Waffe wechseln.